Zu derselbigen Stunde sprach Jesus zu den Scharen, Ihr seid ausgegangen allzueinander mit Schwerten und mit Stangen mich zu faden. Bin ich doch täglich gesessen bei euch und habe gelernt im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, was erfüllt würden die Schriften der Propheten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017